Der Garten der Kirke Kirke, die Tochter des Sonnengottes Helios, Schwester der Hekate und Tante der Medea, wohnt auf der Insel Ayaia. Kirke, mit herrlichen Flechten, die mächtige Reden der Göttin, war eine Meisterin in Giften. Nach Theoprast lebte Kirke in Latium, einer Gegend, die besondere Heilkräuter erzeugt. Latium ist eine Landschaft in westlichen Mittelitalien. Noch heute gibt es an der italienischen Küste oberhalb Siziliens den Monte Cicero, den heiligen Berg der Zierze Kirke. Wohin verbreiten sich nicht die Sagen von Medea aus Kolchis und von anderen Zauberinnen, vor allem von der italienischen Kirke, die man sogar zu den Göttern rechnet. Von daher erklärt sich auch, dass Aeschilos, einer der ältesten Dichter, sagte, Italien sei reich an kräftigen Kräutern, und dass viele dies auch von Cicero, wo die berühmte Kirke lebte, wofür man auch jetzt noch einen wichtigen Beweis bei den Marsern findet, einem von dem Sohn der Kirke abstammenden Volk, von dem bekannt ist, dass man dort Schlangen zähmte. Die göttliche Zauberin wurde in einem heiligen Hain verehrt und war offenbar eine Totengöttin und Seelengeleiterin. Diesen Hain nennt man die Kirkenebene. Dort wachsen in Reihen viele Tamarisken und Weiden, in deren Wipfeln die Toten mit Stricken gebunden aufgehängt werden. Denn bis heute gilt es den Kolchern als Frevel, tote Männer im Feuer zu verbrennen. Auch ist es nicht Brauch, sie in der Erde zu legen und darüber einen Grabmantel aufzuschütten, sondern sie in ungegärbte Rindshäute einzuhüllen und fern von der Stadt in Bäume aufzuhängen. Apollonius 3 Tamarisken und Weiden waren gut bekannte Heilpflanzen. Die Weide bzw. Weisse Weide gilt als Verhütungsmittel, also eine typische Hexenpflanze. Die Weide ist ein allbekannter Baum, seine Frucht, Blätter, Rinde und der Saft haben adstringierende Kraft. Die fein geriebenen Blätter, mit etwas Pfeffer und Wein genommen, sind bei Darmverschlingungen angebracht, für sich mit Wasser genommen, verhindern sie die Empfängnis. Dioscurides I, 135 Ein weiterer heiliger Baum, der Kirke, war anscheinend die Erle, wahrscheinlich die Schwarzerle. Denn Erlen umgaben Kirkes Ayaya, wuchsen auf ihrer Insel. Vermutlich gab es einen archaischen Erlenkult, der aber schon zu hellenistischer Zeit verdrängt wurde. Die Erlen galten als verwandelte Schwestern des Pathion, dem Sohn des Helios und Bruder der Kirke. Das heilige Räucherwerk der Kirke war der wohlriechende Wachholder. Damit rückt sie in die Nähe archaischen Schamantums. Denn der Wachholder ist einer der ältesten Räucherstoffe der eurasiatischen Schamanen. Die glasschimmernde, lockende Zierze, die göttliche Zierze, die Tochter und Mutter von Finsternis und Schrecken, die edle Zauberin oder auch Erbarmungslose, war ursprünglich eine Heilgöttin. Ach, wenn es doch dem Himmel gefiele, dass uns heute, wie einst in glücklichen Jahrhunderten, jene zauberische Zierze erschiene, die es vermochte, mit Pflanzen, Erzen, Giften und Zaubereien der Natur gleichsam Einhalt zu gebieten. Ich bin sicher, dass sie trotz ihres Stolzes unserem Übel gegenüber barmherzig wäre. Bruno 1995, 101 Wer Hexengewerke will erkennen, Pflanze am Zaun, von Priestern gesegnete Distel, auch Kraut Molli, beschneide nicht Holunder und Hasel, lass Farn noch wählen und Mistel auf Apfel schmarotzen. Molli, die Zauberpflanze der Kirke Molli war die berühmteste Pflanze der Kirke. Schon in der Antike wurde der sagenhafte Molli als psychoaktives und aphrodisisches Gewächs angesehen. Das homerische Molli, ebenso wie die Zauberpflanze der Kirke, wurden schon früh als Alraune gedeutet. Dios Kurides hat für die Alraune den Namen Ciceron überliefert, auch Mandragora zirzaeia. Das Kraut, mit dem Kirke die Mannen des Odysseus in Schweine, heisst wohl sexuell erregte Männer, verwandelte. Die Mandragora, einige nennen sie Atimelon, gleich an Apfelstelle, andere Dirkaya, auch Kirkaya, Pflanze der Kirke, da die Wurzel als Liebesmittel wirksam zu sein scheint. Ebenso heisst es bei Plinius, den Mandragoras nennen einige Kirkayon. Es gibt zwei Arten, eine weiß-männliche und eine schwarze, die man für weiblich hält. Die weiße Art nennen manche Arsen, manche Morion und wiederum einige Hypoplomus. Nach Apollodorus, 2. Jahrhundert vor Christus, dem bedeutendsten Gelehrten seiner Zeit, war die Kirkaya, die Pflanze der Kirke, ein Amulett gegen den Schadenzauber, der Passifane, einer Tochter des Sonnengottes Helios. Auch Kirke war eine Tochter des Helios, Gattin des Königs Minos und Mutter der Ariadne und des Minotaurus. Bei Huma wird Molly, die göttliche Zauberpflanze des Hermes, nur kurz beschrieben. Mit diesem Molly, das im Urtext als Pharmakon, Heilmittel, Gift, klassifiziert wurde, hat sich Odysseus vor der Zauberin Kirke geschützt, die seine Mannen in Schweine verwandelt hat. Wichtig ist der Hinweis, dass die Pflanze von Hermes, gleich Merkur, im Garten der Kirke geerntet wurde, also eine Zauberpflanze der Kirke war, die nun durch den Götterboten in ein geradezu hymopathisches Gegenmittel transformiert wurde. Hermes zog aus dem Boden ein Giftkraut, gab es und zeigte mir auch, wie es war und wie es gewachsen. Schwarz war die Wurzel, weiß wie Milch war die Blüte, die Götter nennen es Molly. Es ist ja schwierig für sterbliche Menschen danach zu graben. Die Götter freilich vermögen ja alles. Odyssee 20 Generationen von Alchemisten, Grätzisten, Philologen, Pharmakologen und Ethnobotaniker haben versucht, die botanische Identität der homerischen Zauberpflanze zu enthüllen. Bereits Theoprast, der Vater der Botanik, bemühte sich um die botanische Identität der Stammpflanze. Parakeia, das Allheilkraut, gedeiht in großer Menge und am besten auf steinigen Böden bei Psofis, Molly bei Peneos und auf dem Berg Chilene. Sie sagen, dass diese Pflanze wie das von Hummer erwähnte Molly sei, dass es die Wurzel wie eine Zwiebel habe und Blätter wie die Meerzwiebel und dass es gegen Zaubersprüche und Magie benutzt werde, aber es ist nicht, wie Hummers sagt, schwierig auszugraben. Theoprast, Geschichte der Pflanze Dioscorides schreibt, dass die als Aphrodisiakum geschätzte Meeres- oder Stranddistel auch Molly genannt wurde. Das Eryngion, auch Hexendistel genannt, kühlt aufgewärmt die Entzündungen bei Vergiftung durch Mutterkorn. Auch das mysteriöse Halicacabon oder Halicacabum genannte Gewächs gehört zur Gruppe der Molly genannten psychoaktiven Pflanzen, deren botanische Identität ungewiss bleibt. Es gibt noch eine andere Art, Salztiegel genannt, die einschläfernd wirkt und noch schneller als Opium zum Tode führen kann. Andere nennen sie Narrenkraut, wie der andere Molly. Sie wird aber von Diocles und Oenor, auch von Timaristos, sogar in einem Gedicht gerühmt, wobei sie die Harmlosigkeit merkwürdig vergesslich macht. Für sie ist die Pflanze ein schnell wirkendes Mittel, wackelnde Zähne zu festigen, wenn man sie mit Halicacabon in Wein spült. Wenigstens haben sie die Einschränkung noch zugefügt, dass dies nicht zu lange geschehen dürfe, denn es werde dadurch Wahnsinn erzeugt. Die Wurzel des Halicacabon nehmen diejenigen als Getränk zu sich, die wahrsagen möchten und, um abergläubische Vorstellungen zu bekräftigen, als wahrhaft Gottbegeisterte angesehen werden wollen. Als Gegenmittel dient, was ich denn umso lieber mitteilen möchte, Wasser mit reichlichem Mähzusatz warm zu trinken. Und ich will nicht unerwähnt lassen, Das Halicacabon ist der Natur der Otter so sehr zuwider, dass durch seine Wurzel, wenn sie ihnen ganz nahe gebracht wird, ihre in Folge Betäubung totbringende Kraft selbst betäubt wird. Deshalb hilft dies in Öl zerrieben den Gebissen. In der Spätantike wurde angenommen, dass die Alraune ein Geschenk des griechisch-ägyptischen Gottes Hermes Trismegistus, der Gott der Alchemie war, und sie zum Beschwören von Geistern und für alchemische Praktiken geeignet sei. Da Hermes, Mercurius, manchmal in der antiken Kunst mit einer Opiumkapsel in der Hand dargestellt wird, könnte Molli auch als Papafer Somniferum gedeutet werden. Bauhinius identifizierte die berühmte Zauberpflanze mit der Raute. Starnard erkennt in dem hermetischen Molli und bezieht sich offensichtlich auf eine Stelle bei Dioscorides. Wilde Raute Einige nennen das wilde Peganon auch die in Kappadokien und im asiatischen Galatien als Molli bezeichnete Pflanze. Es ist ein Strauch, welcher aus einer Wurzel mehrere Zweige entwickelt. Er hat Blätter viel größer und zarter als das andere Peganon und von durchdringendem Geruch. Eine weiße Blüte, an der Spitze kleine Köpfchen, größer als beim gebauten Peganon, meist aus drei Teilen bestehen, in denen sich ein dreikantiger, hellgelblicher Same befindet, von dem auch Gebrauch gemacht wird. Im Spätherbst wird der Same reif und dient mit Honig, Wein, Hühnergalle, Safran und Fenkelsaft, fein gerieben gegen Stumpfsinnigkeit. Einige nennen dasselbe auch Hamala, die Sierer, Besakka, die Ägypter, Ebnubu, die Afrikaner, Korkma, die Kapadokier, aber Molli, weil es im großen Ganzen eine Ähnlichkeit mit dem Molli zeigt, da es eine schwarze Wurzel und weisse Blüten hat. Es wächst auf hügeligem und fruchtbarem Boden. Schon früh wurde vermutet, dass Molli als Meerzwiebel zu deuten sei. Nach dem Zeugnis des Humor ist die berühmteste Pflanze das Molli, von dem er glaubt, es habe seinen Namen von den Göttern erhalten. Seine Entdeckung und Verordnung gegen stärkste Verzauberungen, schreibt der Hermes zu. Es soll heute in der Gegend von Peneos und auf der Chilene in Akkadien wachsen und nach dem Zeugnis des Humor eine Pflanze sein mit einer runden, schwarzen Wurzel von der Größe einer Zwiebel und mit einem Blatt wie die Meerzwiebel, aber nicht schwer auszugraben. Die griechischen Schriftsteller haben ihre Blüte gelb abgebildet, während Humor schreibt, dass sie weiß sei. Ich habe einen kräuterkundigen Arzt gefunden, der sagte, sie wachse auch in Italien und der mir nach einigen Tagen im Herbst aus Kampagnen eine bringen ließ, die unter schwierigen Bedingungen aus felsigem Gestein ausgegraben wurde, eine 30 Fuß lange Wurzel hatte, die nicht mal vollständig, sondern abgerissen war. Lukian, etwa 120 bis 180 n. Chr. beschreibt eine Totenbeschwörung, Nekromantie, bei der die Meerzwiebel als Zauberpflanze verwendet wurde. Wahrscheinlich hat das Wort Molli im frühen Altertum so viel wie Zauberpflanze oder Äthiogen bedeutet. Es wurde als eine Art Überbegriff für psychoaktive, magisch verwendete Pflanzen benutzt, ganz ähnlich wie die Worte Haoma oder Soma. Im Mittelalter war Molli auch unter dem Namen Imolum bekannt und gehörte zu den gynäkologischen Heilmitteln. Nach dem Zeugnis Hummers ist die berühmteste aller Pflanzen, der auch die Auffindung Merkur, Hermes, zuschreibt und die Anwendung gegen den bösen Blick und Zauberei. Sie hat eine runde und schwarze Wurzel in der Größe einer Zwiebel. Die zerriebene Pflanze, Imolum, Album, beseitigt aufgetragen vollkommen den Schmerz der Gebärmutter. Medicina Antiqua 49 Die Mutter des Hexeneis In der frühen Neuzeit zählte man auch manche Pilze zu den Pflanzen der Kirke. So heißt es von der Hirschbrunst. Von dem Hirschschwamm haben die Alten nichts geschrieben, doch hat er eine Kraft, damit er die unkeuschen Glieder und Venushandel stärkt, so man des Pulvers, ein Halblot, ein Quentel lang Pfeffer, dazu gemischt trinkt. Dieser Trank mehret auch den Frauen die Milch. Von unten auf mit Schwamm, geräuchert, stillet die Mutter in ihrem Aufsteigen. Die zirzäischen Weiber treiben auch einen Handel damit, gebens in Liebestränken. Dieser im Volksmund meist Hexenei genannte Pilz wurde bis in unsere Zeit von bösen Weibern zur Befreiung, zur Bereitung von Liebestränken benutzt. Mit dem Wort Hexenei wurden auch andere Pilze tituliert, so der Fliegenpilz und die Stinkmarche. Sie kommt wie ein Ei aus der Erde, Teufelsei, Hexenei, Brunskugel. Dann erhebt sich der Penis aus dieser Vulva. Wenn diese aufbricht, verbreitet sie einen durchdringenden Aasgeruch, durch den die Fliegen herbeigelockt werden, die aber auch in dem klebrigen Saft ihr Leben lassen müssen. Der Penis gestaltet sich zu einer kleinen Säule mit oben gewölbten Kopf, Eichel, von schmutzig grüner Farbe, während der Stiel grau ist. Die Gestalt gleich zuletzt genau der des aufgerichteten Penis mit übergezogener Vorhaut. Solcher Form verdankt der Pilz frühzeitig den Ruf als Aphrodisiakum. Das Hexenei der Stinkmarche wurde auch Gichtschwamm genannt und medizinisch genutzt. Der Gichtschwamm wurde im Mittelalter als Gichtmittel geschätzt. Die Zauberei bediente sich des Hexeneis vorzüglich zu Lebensmitteln, teils um Liebe zu erzeugen, teils um die Folgen ungesetzmäßiger Liebe zu besiegen. Gessmann 49 Die Hexenkräuter des Linnaeus Bereits im 16. Jahrhundert haben die französischen Botaniker Delechampes und Lebel die Zauberpflanze der Kirke als Lutenziana bezeichnet. Daher hat Karl von Liene 1707 bis 1778 den Namen übernommen und in seine botanische Nomenklatur eingeführt. Liene hat zwei Arten beschrieben. Zircea lutenziana, großes Hexenkraut, eurasiatisch verbreitet. Zircea alpina, Alpenhexenkraut, in den Alpen heimisch. Daneben gibt es noch eine natürliche Kreuzung. Zircea intermedia, mittleres Hexenkraut. Diese Pflanze aus der Familie Onagracea wachsen an abgelegenen und schattigen Orten und blühen von Juni bis Ende September. Die Zircea lutenziana heißt im Volksmund auch Großhexenkraut, Walpurgiskraut, Gemeinhexenkraut, parisisches Hexenkraut oder Zauberkraut. In Schlesien wurde früher das Kraut als Schutz gegen Behexung und in den Viehställen aufgehängt. In England heisst die Pflanze Inchenters Nightshade, Beschwörers Nachtschatten oder Bindweed Nightshade, Bindekraut Nachtschatten. Das heisst, die Pflanze wurde schon früh mit magischen Riten, Beschwörungen, Defiktionen assoziiert. Schon Chirac kommentiert Lebelles botanische Zuordnung als Irrtum, weil die Wirkung, die der antiken Zircea zugeschrieben wurde, lediglich auf die Mandragoras zutreffen, während die Zircea lutenziana die gleichen Tugenden hätte wie der Gartennachtschatten.